Ich bin der Dirk Stein vom EDEKA Aktivmarkt in Bonn und ich habe den Oliver heute gemietet, damit er uns tatkräftig unter die Arme greift. Hallo Herr Starr, ich bräuchte nur vielleicht einen etwas größeren und repräsentativeren Dienstwagen als Filialeiter. Nur, das war es eigentlich auch schon. Was soll ich denn damit trinken? Trinken, der ist sehr gut. Möchte aber nicht. Ist doch egal. Heute ist der Stammkunde, tut mir leid. Na gut, Flöcker. Wissen Sie, was Sie mit Ihrem Outfit heute gewonnen haben? Nein. Einen Sack Kartoffeln. Danke. Bitteschön. Das hier? Ja. Nur zwei von, oder? Ja. Oder drei von. Na gut. Und halt drei. Was bitte? Mir gibt ein Popo. Wollen wir kratzen kurz? Was hätten Sie gerne? Ein Halskotelett. Ein Halskotelett. Ja. Ich kann Ihnen heute übrigens auch etwas ganz besonderes anbieten. Was denn? Wir haben heute Hund im Angebot. Was? Hund. Schönen deutschen Schäferhund. Von der Lände. Danke. Da ist's? Nee, mag ich nicht. Na, kann man ja mal probieren. Wenn ich nicht mag, dann lass ich es stehen. Kinder mögen noch Pommes, oder? Ja. 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 Herzlichen Glückwunsch, der hunderttausendste Kunde. Ne, ne. Doch. Heute hier. Dankeschön. Heute hier. Das ist nicht wahr, ne? Das ist super, oder? Irre. Das ist super gar nicht. Obwohl, nee, Entschuldigung, ich habe mich verzählt. Tut mir leid, das ist er. Nee, das ist nicht wahr, ne? Doch. Ich habe euch zwei Kubeleih-Vertraben. Also, ja, das ist super gemacht. Das ist schön. Vielen Dank. Du freust dich gar nicht richtig. Nee, komm. Krieg sie mal anders halt.